In diesem Video sprechen wir über die sogenannte posttraumatische Verbitterungsstörung. Die posttraumatische Verbitterungsstörung ist ein Störungsbild, was vergangenen Montag in meinem gemeinsamen Video und Gespräch mit Dr. Raphael Bonelli von Dr. Bonelli mehrfach erwähnt wurde. Da ich allerdings davon ausgehe, dass nicht alle meiner Zuschauer, vielleicht sogar die wenigsten, im Detail wissen, was die posttraumatische Verbitterungsstörung genau ist, möchte ich in diesem Video noch einmal etwas Aufklärung darüber schaffen. Und ich kann euch versprechen, wenn ihr in eurem Leben viel Unrecht erfahren habt und deswegen ein latentes, immerwährendes Gefühl von Verbitterung darüber empfindet, seid ihr in diesem Video ganz richtig. Und ihr erfahrt hier natürlich auch fast alles, was es zum Thema posttraumatische Verbitterungsstörung ganz wichtig zu wissen und zu verstehen gibt. Bleibt also auf alle Fälle ganz bis zum Ende dran. Ja, die posttraumatische Verbitterungsstörung, was soll das jetzt eigentlich sein? Die posttraumatische Verbitterungsstörung wurde zum ersten Mal im Jahre 2003 von Michael Linden von der Charité Berlin beschrieben. Somit ist dieses Konzept tatsächlich eine deutsche in Häkchen Erfindung. Bei der posttraumatischen Verbitterungsstörung handelt es sich um eine anhaltende und chronische Verbitterung als Reaktion oder Folge auf erfahrene Traumatisierungen. Das kann zum einen ein einzelnes, sehr schweres Trauma sein. Es kann sich hierbei aber natürlich auch um wiederkehrende, kleinere Traumatisierungen handeln. Nach der Charité Berlin und da ja die posttraumatische Verbitterungsstörung beziehungsweise dessen Konzept das erste Mal hier oder über die Charité Berlin beschrieben wurde. Und die Charité Berlin gibt relativ hohe Zahlen an, wie häufig denn die posttraumatische Verbitterungsstörung in der Bevölkerung vorkommen soll. Und hier zitiere ich von der Internetseite vom Internetauftritt der Charité Berlin. Zitat 2,8 Prozent aller Reha-Patienten hatten verbitterungsassoziierte konkrete Aggressionsfantasien und 3,1 Prozent sogar Mordfantasien. Nur 34 Prozent berichteten spontan darüber. Verbitterung kann auch soziale Gruppen erfassen. Verbitterung und speziell die posttraumatische Verbitterungsstörung haben sich als eher Therapie-Refraktär erwiesen. Das heißt Refraktär, Therapie-Refraktär, das bedeutet Therapie-Resistent. Warum die posttraumatische Verbitterungsstörung als Therapie-Resistent beschrieben wird und wie man sie vielleicht doch therapieren kann, auch dazu noch später etwas in diesem Video. Jetzt habe ich euch natürlich diese Passage zu den Häufigkeitszahlen der posttraumatischen Verbitterungsstörung nicht ganz grundlos vorgelesen. Ich denke, hier haben wir auch schon aus erster Hand eine relativ gute Beschreibung noch einmal bekommen, was man sich darunter vorzustellen hat und welche Empfindungen und Gedanken vor allen Dingen die Betroffenen haben. Wir müssen uns trotzdem oder sollten uns trotzdem in diesem Video auch noch einmal die speziell dafür entwickelten Diagnose-Kriterien einmal anschauen. Und das sind 14 einzelne Diagnose-Kriterien beziehungsweise Symptome an der Zahl, auch hier wieder von der Charité Berlin selbst herausgegeben. Wichtig ist aber zu verstehen, und das ist tatsächlich eine Einschränkung im Hinblick auf die posttraumatische Verbitterungsstörung, dass die posttraumatische Verbitterungsstörung keine offizielle Diagnose nach DSM-5, nach ICD-10 und auch nicht nach ICD-11 darstellt. Im ICD-11 würde man die posttraumatische Verbitterungsstörung unter den Anpassungsstörungen einordnen und hier tatsächlich, ja, in Häkchen nur unter den sonstigen und weiteren Anpassungsstörungen, die nicht weiter definierten Anpassungsstörungen, eben weil ja die posttraumatische Verbitterungsstörung, obwohl sie inzwischen relativ gut umgrenzt und untersucht wurde, noch keine offizielle Diagnose darstellt. Trotzdem, wie lauten denn nun die von Michael, Linden und Co. entwickelten Diagnose-Kriterien? 1. Das Vorliegen eines einmaligen, schwerwiegenden, negativen Lebensereignisses, in dessen unmittelbarer Folge sich die psychische Störung entwickelt hat. 2. Der Patient erlebt das kritische Lebensereignis in der Regel als ungerecht oder herabwürdend. 3. Wenn das kritische Ereignis angesprochen wird, reagiert der Patient mit Verbitterung und emotionaler Erregung. 4. Der Patient berichtet wiederholte, intrusive Erinnerungen an das Ereignis. Teilweise ist es ihm sogar wichtig, nicht zu vergessen. 5. Die emotionale Schwingungsfähigkeit ist nicht beeinträchtigt. Der Patient zeigt normalen Affekt, wenn er abgelenkt wird oder kann beim Gedanken an Rache lächeln. Zusatzsymptome sind 6. Dass der Patient sich als Opfer und hilflos wahrnimmt und sich nicht in der Lage sieht, das Ereignis oder seine Ursachen zu bewältigen. 7. Der Patient macht sich selbst Vorwürfe, das Ereignis nicht verhindert zu haben oder nicht damit umgehen zu können. 8. Der Patient meint, dass es ihm egal sei, wie es ihm gehe und dass er nicht wisse, ob er die Wunde heilen lassen wolle. 9. Der Patient kann Gedanken an einen Suizid bis hin zu einem erweiterten Suizid äußern. 10. Die emotionale Grundstimmung ist dysphorisch, aggressiv, depressiv getönt und kann mit einer Depression, mit somatischem Syndrom, sogenannte endogene Depression, verwechselt werden. 11. Der Patient kann eine Reihe unspezifischer somatischer Beschwerden zeigen, z.B. Schlafstörungen, Appetitverlust oder Schmerzens. 12. Der Patient berichtet über eine phobische Symptomatik, die eng mit dem Ort oder Urheber des kritischen Ereignisses verbunden ist. 13. Der Antrieb ist reduziert und wird blockiert. Der Patient erlebt sich weniger als antriebsgehemmt, sondern eher im Sinne einer Antriebsverharrung. 14. Und last but not least, 14. Die Symptomatik kann nicht durch eine vorbestehende andere psychische Erkrankung erklärt werden. Ja, das wären jetzt erst einmal die Diagnosekriterien und damit einhergehend natürlich auch die typischen Symptome für die posttraumatische Verbitterungsstörung. 15. Ganz wichtig ist es zu verstehen, dass die posttraumatische Verbitterungsstörung typischerweise nicht alle Menschen in der Gesellschaft gleichermaßen ereilen wird. Es gibt eine ganz bestimmte Gruppe von Menschen, die ein erhöhtes Risiko dafür trägt, im Laufe ihres Lebens an einer posttraumatischen Verbitterungsstörung zu erkranken als Reaktion auf ein oder mehrere erfahrene Traumatisierungen. Und das möchte ich hier noch sagen. Das erste Diagnosekriterium hier, das ich vorgetragen habe, beschreibt ja, dass die posttraumatische Verbitterungsstörung durch ein einmaliges traumatisches Erlebnis ausgelöst wird. Es ist ganz wichtig zu verstehen, dass sich natürlich die Kriterien hier sehr eng an der klassischen posttraumatischen Belastungsstörung orientiert. Es gibt allerdings auch Formen der posttraumatischen Belastungsstörung, die sogenannte komplexe posttraumatische Belastungsstörung, welche durch mehrere sich aufsummierende Einzelereignisse ausgelöst wird. Und hier ist es tatsächlich, wenn man sich näher mit der posttraumatischen Verbitterungsstörung beschäftigt, auch so, dass die posttraumatische Verbitterungsstörung auch zum Beispiel durch Mobbing am Arbeitsplatz ausgelöst werden kann. Und das ist eine Sache, die Michael Linden selbst in einem Interview gegenüber dem Deutschlandfunk bereits im Jahre 2003, als also dieses Störungskonzept von ihm entwickelt und verbreitet wurde, selbst angegeben hat. Das müssen wir hier ganz, ganz wichtig festhalten. Ja, und auf dieses Interview möchte ich jetzt auch noch Bezug nehmen, denn hier erläutert Linden die weiteren Umstände beziehungsweise Kriterien und Personengruppen, welche typischerweise von der posttraumatischen Verbitterungsstörung betroffen sind. Und hier sagt Linden, dass er herausfand, dass die Betroffenen seit ihrer Kindheit in einem engen Korsett aus Normen und Werten leben. Grundsätze wie erst die Arbeit und dann das Vergnügen bestimmen ihre Existenz, solange bis diese durch ein traumatisierendes Ereignis erschüttert wird. Das heißt, Menschen mit einer posttraumatischen Verbitterungsstörung sind in aller Regel Personen, welche es versuchen, der Gesellschaft, den Menschen um sie herum recht zu machen, welche nicht gelernt haben, sage ich einmal, eigene Wege zu beschreiten, eigene Moralvorstellungen, ethische Konzepte zu entwickeln und diese Moralvorstellungen auch gegenüber der vorherrschenden Meinung um sie herum, den gesellschaftlichen Normen und Vorgaben, den Werten um sie herum durchzuboxen. Und wenn wir uns das überlegen und auch hier beziehe ich mich weiter auf das Interview von Linden gegenüber dem Deutschlandfunk, wird auch klar, warum gerade diese Menschen mit Verbitterung reagieren, weil sie nämlich nichts gelernt haben mit den Traumatisierungen, die ihnen widerfahren. Und hier werden zum Beispiel genannt im Interview jemand, der alles für seine Arbeitsstelle gegeben hat, für das System, für die Vorgesetzten. Mach eine gute Ausbildung, sei fleißig im Beruf und dann bist du ein wertvolles Mitglied unserer Gesellschaft. Dass wenn diese Person alles zum Beispiel für den Betrieb gegeben hat und er dann plötzlich der Erste ist, der gekündigt wird oder der, so wird es im Interview angegeben und hier sind wir bei den Einzelereignissen, gemobbt wird, dass diese Person das einfach nicht verstehe, nicht begreifen kann, weil er sich ja so sehr an die vorgegebenen Normen und Strukturen der Gesellschaft orientiert, dass er das als ein Unrecht empfindet. Ich habe alles für die Firma getan. Jetzt werde ich gekündigt und ich kann es einfach nicht verstehen. Das ist ein krasser Bruch mit allem, was mir eingetrichtert wurde. Und weil diese Person sich immer nur an diesen Werten und Vorgaben orientiert hat, kommt sie jetzt, das ist ganz wichtig zum Verständnis der posttraumatischen Verbitterungsstörung, in einen Zustand der Hilflosigkeit. Sie hat keine Strategien, jetzt mit dieser Situation umzugehen. Sie wird verbittert und das ist ganz wichtig, demonstriert diese Verbitterung auch gegenüber seinem Umfeld, gegenüber dem System. In der Hoffnung, in der Hoffnung, wenn ich meine Verbitterung dem System gegenüber zeige, dann wird das System erkennen, welches Unrecht mir hier angetan wurde. Denn der, wir haben ja gehört, dass dieser Mensch sich sehr stark an diesen Werten und Normen orientiert und deswegen natürlich auch an die Gerechtigkeit des Systems glaubt. Ein riesengroßer Mythos, wie denke ich, alle wissen, die auf diesem Kanal länger dabei sind oder die überhaupt Videos von der Art anklicken, wie ich sie hier bereitstelle. Glaubt natürlich auch daran, dass dieses System gut, gerecht und fair wäre und denkt jetzt, wenn ich meine Verbitterung demonstriere, wenn ich mein Leid klage, dann wird das System dafür sorgen, dass dieses, ja, ja, dummerweise, mir oder ihr der Person widerfahrene Unrecht beseitigt wird, dann wird mir Recht wiederum geschehen aus dem System. Und hier ist es auch, wenn wir diesen Faktor, ich hoffe, es ist klar geworden, was ich sagen wollte, wenn wir das berücksichtigen, wird auch klar, warum, wenn wir in die Diagnose-Kriterien schauen, diese Person eventuell sich gar nicht sicher ist, ob er überhaupt in eine Therapie gehen möchte, ob er seine Verbitterung überhaupt behandeln lassen möchte. Ja, ich zitiere hier das achte Kriterium, der Patient meint, dass es ihm egal sei, wie es ihm gehe und dass er nicht wisse, ob er die Wunde heilen lassen wolle. Das ist das achte Kriterium, das ich hier zitiert habe. Ja, es ist ihm egal, wie es ihm geht, denn er schafft ja für das System und ja, er klagt darüber allerdings natürlich nach wie vor, das ist Teil seiner Verbitterungsstörung, weil er halt einfach hofft, das System wird ihm Gerechtigkeit zukommen lassen. Und nochmal, wir alle wissen, dass das nicht passieren wird in aller Regel, weil eben, und das ist der große Irrtum natürlich derjenigen, welche von Anfang an in diesem engen Wertekonzept aus dem System vorgegeben gelebt haben und es nicht geschafft haben, eigene Moralvorstellungen zu entwickeln, ja, dass diese Menschen dann eben auch nicht schaffen, aus diesem Zustand eigenständig, aus eigenen Kräften herauszufinden. Das alles muss man wissen und bedenken im Hinblick auf die posttraumatische Verbitterungsstörung. Und hier wird jetzt natürlich auch schon klar, wie sich die posttraumatische Verbitterungsstörung gegebenenfalls behandeln lässt. Am Anfang des Videos habe ich zitiert, dass die posttraumatische Verbitterungsstörung als relativ therapieresistent gilt. Es gibt Ansätze, wie zum Beispiel die Weisheitstherapie, welche sich als effektiv dennoch erwiesen haben, zumindestens die posttraumatische Verbitterungsstörung ein wenig zu mobilisieren. Aber, und hier mache ich jetzt den Anschluss an den Ideengeber zu diesem Video, Dr. Raphael Bonelli und das Gespräch, das ich am Montag mit ihm geführt und auf meinem YouTube-Kanal veröffentlicht habe. Bonelli gibt in diesem Interview an, dass er durchaus psychotherapeutische Konzepte entwickelt hat und da bezieht er sich auch auf sein neues Buch, wie man eben diese Verbitterungszustände überwinden kann. Und damit möchte ich das Video auch schließen, nämlich mit einer, mit der Empfehlung euch dieses Interview anzuschauen, wenn ihr wissen wollt, wie man nach Dr. Bonelli eben diese Verbitterungsstörung überwinden und therapieren kann. Mit dieser Videoempfehlung entlasse ich euch heute aus dem heutigen Video. Natürlich bedanke ich mich bei euch, dass ihr bis zum Ende dabei gewesen seid. Wenn euch solche Videos generell interessieren, abonniert gerne diesen Kanal und wenn ihr mich und dieses ganze YouTube Projekt sogar unterstützen möchtet, werdet von Herzen gerne Kanalmitglied. Einen Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Jetzt zu meiner Rechten in der oberen Endcard, das ist bei euch auf dem Bildschirm, auf der linken Seite, findet ihr die Endcard zu diesem Video, dem Gespräch mit und ihr seid direkt da. Haltet wie immer die Ohren steif, danke, dass ihr mit dabei wart und wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Tom.